Wir verlassen Reykjavik nach vier Tagen und es wird echt Zeit, denn ich merke, wie meine Mannschaft langsam verweichlicht. Die festen Betten und das Dach über dem Kopf haben den Ruf nach Abenteuer und Wildnis verblassen lassen. Ich konnte lediglich den Ruf nach Ausschlafen und Frühstück ans Bett hören. Aber damit ist jetzt Schluss. Es geht wieder in unseren Sprinter raus in die Natur, um mehr von diesem tollen Land mit seinen Naturgewalten und eindrucksvollen Landschaften sehen zu können. Vulkane, Geysire, Wasserfälle, Gletscher. Und vielleicht, vielleicht haben wir auch noch Glück und können ein paar Nordlichter bewundern. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Wir sind jetzt von Reykjavik ein bisschen weiter. Ungefähr 40 Minuten mit dem Auto Richtung Osten gefahren in den Nationalpark. Und ja, Nationalpark, ne? Also wenn man sich mal so dahin dreht. Rammelvolle Parkplätze, für die man auch zahlen muss. Aber mal gucken, was dieser Nationalpark hier für uns zu bieten hat. Hier gibt es auf jeden Fall ein Informationszentrum. Und wir gucken uns jetzt mal das Informationszentrum an, damit wir anschließend noch wissen, was wir uns da draußen angucken. Wir sind im Herzen von Island gelandet. So steht es hier zumindest. So, hier treffen halt die Kontinentalplatten aufeinander. Und hier haben sich damals die Wikinger einmal im Jahr versammelt. Hier ist der grobe Konflikt zwischen West und Ost. Hä? Europa und USA. Hier treffen sie aufeinander. Hier sind die geballten Kräfte, die gegeneinander schieben. Und hier merkt man wirklich, da ist Konfliktpotenzial. Ich glaube, Marco schreibt Besondersendteleute. Wir sind hier auf der Aussichtsplattform und von hier kann man in diesen Nationalpark reinschauen und man kann hier auch überall rumlaufen. Wenn ihr mal genau hinguckt, dann seht ihr da unten auch Parkplätze und Leute rumlaufen. Denn hier sind so ein paar Besonderheiten. Also hier gibt es nicht nur einen Wasserfall und einen großen Fluss und auch hier Schluchten und die Erdplatten stoßen aufeinander, sondern auch noch als Besonderheit, dass die Frauen hier nie das Sagen hatten. Und das ist schon... Das willst du dir jetzt mal genauer angucken, ne? Genau, das will ich mir mal genauer angucken. Schön, wie es früher war. Wo so? Verstehst du? Hier hatten Frauen schon früher nicht das Sagen. Das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Denn hier ist das erste Parlament der Wikinger gewesen. Damals hat man noch gar nicht daran gedacht. Da dachte man noch, wo man am besten zupacken muss, damit man die Frauen an den Haaren in die Höhlen ziehen kann. Hier haben sie schon drüber gesprochen, ob es überhaupt richtig wäre. War doch so, oder? Ja, aber jetzt gucken wir uns nur noch die Reste an. So, jetzt gucken wir uns die Reste an. Und du darfst nochmal in Erinnerung dann in alten Zeiten schwelgen. Sehr gut. Wir haben übrigens richtig Glück gehabt. Du fragst dich bestimmt warum, oder? Ja. Mit was habe ich da Glück gehabt? Ja, ganz genau. Mit dem Wetter wohl anscheinend nicht. Doch, mit dem Wetter haben wir richtig Glück gehabt. Ja, klar. Also wir wussten, es ist ja eine Jahreszeit, bei der es hier primär regnen soll. Also, tut es auch. Aber wir haben richtig Glück gehabt, denn es ist angenehm warm, auch wenn man uns das jetzt hier nicht ansieht. Ich habe die Jacke auf. Ja, stimmt. Doch, dir sieht man es an. Ja. Angenehm warm, denn wir haben jetzt mittlerweile so um die sieben Grad. Und ich hatte ja schon Schlimmes gedacht, als wir mit der Fähre angekommen sind und da über diese Schneegletscher gefahren sind mit dem Auto. Oder noch besser, wenn du und ich später einen Schneemann gebaut haben. Ja. Ihr erinnert euch. Das stimmt. Ey, da dachte ich schon, ach du Scheiße. Das kann ja etwas werden. Das wird katastrophal enden. Die Strandheizung wird gar nicht mehr gegen die Kälte anheizen können, aber es ist gar nicht so. Sondern wir haben echt angenehme Temperaturen. Es ist kein Eis mehr auf dem Strand. Kein Eis mehr. Und die Straßen sind auch alle grün. Also, in Island heißt es grün, befahrbar. Ich habe hier abgewogen, oder? Ja, hofft man. Da oben steht sie. Genau. Und also, das ist natürlich jetzt für unsere kleine Rundreise hier ziemlich, ziemlich gut. Denn ich hätte primär überhaupt keine Lust, jetzt hier die ganze Zeit immer in dieser Karte zu gucken, ob jetzt die Straßen auch befahrbar sind oder nicht. Aber toi toi toi. Dreimal auf Holz. Hoffentlich bleibt das Wetter jetzt so schön warm. Anführungszeichen Island schön warm. Denn im Winter sind hier nie mehr als 7 Grad. Und wir haben jetzt 7 Grad. Dafür sind im Sommer hier auch nie mehr als 10 Grad. Also, das ist halt das Wetter von Island. Wobei auch da, wir haben ja auf unserer kleinen Rundreise gemerkt, dass der Klimawandel auch hier überall spürbar ist. Und auch hier in Island gab es den Jahrhundertsommer. Also, es war noch nie so warm wie jetzt in diesem Sommer hier auf Island. Die hatten teilweise 25 Grad. Und das ist hier extrem ungewöhnlich. Kann ich weiter? Ja, schade. Aber ich wollte euch ein bisschen an der Nase herumführen. Ist das so? Ja. Ah, wo geht es denn jetzt weiter? Da hatte ich ganz schön viel Spaß. Ich habe dich zwischendurch gar nicht mehr gesehen. Wirklich? Weil du nicht mehr hingeguckt hast. Ja, stimmt. Da ist eine. Ah ja, wie schön. Aber guckt mal, man kann sich das schon super vorstellen. Wenn die dann hier ihre Wikinger Zelte überall links und rechts hatten. Die sind hier reingesegelt, haben hier angelegt. Und haben Fische geangelt. Ein paar Forellen gegrillt. Ja, und da vorne an dem Felsen, das erste Parlament. Da hinten hat es getagt. Guck mal, da haben sie noch so symbolisch eine Fahne aufgestellt. Da hinten, um zu zeigen, da könnte es gewesen sein. Aber so richtig weiß man nicht, wo es gewesen sein könnte. Es könnte auch da vorne beim Klohäusling gewesen sein. Es gab aber auch noch einen Richtplatz. Also nicht nur einen Platz, wo Recht gesprochen wurde. Sondern wo auch Verurteilung dann vorgenommen wurde. Du meinst, wo Köpfe gerollt sind? Allerdings, ja. So, hier sind wir jetzt am Spalt. Guck mal, näher könnt ihr zwischen Europa und Amerika gar nicht sein. Und hier gibt es so Verrückte, die hier so durchtauchen. Und wie man sieht, dieses Wasser ist hier so klar. Man kann hier sehr weit, also hier, selbst hier oben, können sehr weit gucken. Und da im Wasser gibt es hübsche Münzen. Ja, da haben ganz viele Leute ganz viele Münzen reingeworfen. Weil sie gucken wollten, ob sie denn in Amerika landen oder in Europa. Könnt ihr den Wasserfall da hinten sehen? Ja? Weißt du, was Susi gerade gesagt hat? Was die gerade gesagt hat? Was nicht? Ja, sagt die, denn ist jetzt auch nicht der schönste Wasserfall. Da kommen noch ein paar. Jetzt lassen wir den Wasserfall halt aus. Wir waren noch nicht beim Google Forst. Da wirst du durch. Und Susi ist jetzt schuld daran, dass ihr keinen Wasserfall sehen dürft. Doch, dürft ihr aber nicht diesen hier. Einen anderen. Den könnt ihr mal googeln und euch woanders anklicken. Googelt den doch einfach mal. Ja? Es gibt andere Vanlifer, die hier rumfahren und eine Freundin haben, die sagt, oh, Wasserfall, lass uns mal hin. Naja. Wir gucken uns jetzt aber trotzdem nochmal an, wo das Parlament gestanden hat. Und dann setzen wir uns wieder ins Auto und fahren nämlich noch ein Stückchen weiter. Denn ein Stückchen weiter hier Richtung Landesinnere sind ja noch diese Geysire. Und die wollen wir uns heute auch noch angucken. Zum kranken Mann. Wenn man ins Wasser geht. Die lachen über uns. Ja, ja. Die sagen... Obwohl, aus Forelle macht man gar kein Sushi, ne? Guck mal. Oder? Mal ehrlich. Hier schwimmen so viele Forellen rum. Die haben sich doch hier früher nicht getroffen, um irgendwelche Gesetze zu entscheiden. Das war ein Angelausflug für die Männer. Und die haben den Frauen noch gesagt, wir müssen wichtige Gesetze machen. Kaum waren sie hier. Zack. Bier. Angel reinhalten. Und dann haben wir sich das hier zwei Wochen gut gehen lassen. Mann ey. Wikinger müsste man noch sein. Ich würde auch gerne Gesetze machen. Wieso sie schon gesagt hat. Zwei Wochen hier schön ganz entspannt mal ein paar Gesetze machen. Und dann kommt ja noch eine Woche An- und Abreise dazu, ne? Bist du insgesamt ja irgendwie mal so locker um und bei vier Wochen unterwegs, ne? Ja, schön. Und die Frauen schon zu Hause, Haushalt Kinder. Schön. Schatzi, wir machen da mal ordentlich Gesetze. Wir hacken uns mal die Köpfe ab, aber ansonsten nicht. So, schön. Ja, von hier oben sieht man den Riss ganz gut, ne? Also wo die europäische und die amerikanische Kontinentalplatte aufeinander trifft. Dort. Ne? Der geht von dort hinten, da wo dieser kleine Berg ist. Da sieht man den, glaube ich, ganz gut. Und dann geht er hier einmal so durch. Da laufen auch die Leute überall hinten lang, ne? So, da hinten, da hinten, da hinten. Und ich glaube, was man aus Film und Fernsehen kennt, ist dann da hinten. Weil da kann man halt schnorcheln und tauchen gehen. Denn da ist der engste Punkt von diesen Kontinentalplatten. Und da kann man, wenn man die Arme auseinander breitet, beide Kontinente auf einmal anfassen. Aber da gehen wir jetzt nicht hin, weil das ist... Da, wo dieser andere Parkplatz ist, geht es ein Stückchen weiter hoch. Da laufen auch... Da sieht man hinten diese Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch erkennen könnt, aber da hinten ist dieser Tauchspot. Ist aber auch ein bisschen verkommerzialisiert. Da kann man seine Tauchtour oder Schnorcheltour dann halt buchen. Und dann geht man da mit dem Trockenanzug halt rein. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir wollen ja zum Geysir. Richtig? Yay. Yay. Wir müssen... Ihr fragt euch, warum macht ihr denn so einen Stress? Ja, Leute, hier, guck mal. Es ist verhältnismäßig schönes Wetter. Die ganze Woche über soll es jetzt regnen. Also müssen wir unsere Zeit ein bisschen einteilen. Denn heute sieht es eigentlich ganz gut aus. Es regnet gerade nicht. Und wir haben noch die Befürchtung, dass wir uns die nächsten Tage höchstwahrscheinlich irgendwo ein bisschen verbarrikadieren müssen. Denn es könnte sein, dass es hier verhältnismäßig viel regnen wird. Aber auf diesen Wetterfrosch, da haben wir uns noch nie verlassen können. Der klettert die leider hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Also das ist hier echt verrückt. Und ich hatte das Sprichwort der Isländer ja schon gesagt, ne? Die haben hier halt das Sprichwort und sagen, wenn du das Wetter nicht magst, ne? Wart es halt zehn Minuten. So, wir laufen jetzt hier gerade den Ziegenpfad lang. Ziegenpfad, also das war hier früher unter den Wikingen als Ziegenpfad bekannt. Eil des Festivalgeländes, kann man so sagen. Kann man wirklich sagen. Damals, als die Bevölkerung ca. 40.000 Leute waren hier in Island. Da sind hier zehn Prozent der Bevölkerung, also 4.000 Leute mit hergekommen. Und ich habe mich gefragt, warum denn so viele? Wer war denn das? Das waren jetzt nicht nur die Stammesleute, kann man so sagen, ne? Sondern die haben auch noch ihre Bauern mitgebracht als Unterstützer für die Sache, die sie hier vertreten wollten. Die haben dann sozusagen den Bauern bestimmt, du, du und du, ihr müsst jetzt mitkommen. Und dann mussten die mitkommen. Genau. Dann waren wir auf einmal 4.000 Leute hier. Ja, genau. Und 4.000 Leute, die wollten natürlich auch ein bisschen verköstigt werden. Und hier in dieser Schlucht hatten sie links und rechts hier ihre Zelte stehen. Und man spricht davon, dass sie hier sogar Bier gebraut haben, also vor Ort. Weil 4.000 Leute, die haben bestimmt ne Menge gesoffen. Und ja, genau, hier in diesem Gang ist es halt wunderschön windgeschützt. Aber hier kann man sich ganz gut vorstellen, hier standen halt diese ganzen kleinen Marktstände. Und lustigerweise in den Gesetzesbüchern, ne, da steht drin, hier gab es Waffenschmieden und Gerbereien. Und in Volksmund wusste man, ja, ja, hier waren die ganzen Fressbuden und hier wurde gesoffen. Es ist halt echt sehr lustig. Naja. Genau. Und nach wie vor, also es ist schon ganz spannend. Wir laufen hier durch und dieses ganze Gemäuer ist zwar ein bisschen auch immer so durch die Erdbeben zusammengefallen. Also früher waren die noch spektakulärer und höher. Aber es sah eigentlich fast ganz genau so aus. Wir können uns jetzt eigentlich genau wie Wikinger fühlen, außer dass hier diese Fressbuden nicht mehr sind. Oh, schade. Ja. Ich hätte jetzt auch Hunger gemacht. So sieht es aus. Mh, das sieht aber auch gut aus alles. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Entschuldigung, ist das vegan? Ja? Und ist das Mehl eigentlich auch glutenfrei? Das Verrückte an besonderen Momenten ist ja nicht der Zeitpunkt, an dem sie geschehen, sondern man betrachtet diese Zeit ja immer erst im Nachhinein als besonders. Island ist auf jeden Fall einer dieser Momente unserer Reise und hat uns nachhaltig geprägt. Und damit meine ich nicht nur diese unglaubliche Landschaft. Es ist hier einfach ein anderes Gefühl. Man spürt auf Island an nahezu jeder Ecke eine besondere Energie. Und vielleicht ist es ja das Licht oder die brodelnde Erde unter den Füßen. Vielleicht auch die Wasserfälle an jeder Ecke oder das ständig wechselnde Wetter. Vielleicht sind es die Temperaturen. Oder die Kontraste und Extreme dieser atemberommenden Landschaft. Oder vielleicht fließt ja auch ein bisschen Wikinger-Blut durch meine Adern. Island ist einfach so einmalig. Die Kräfte der Natur sind überall sichtbar und spürbar. Und man fühlt sich als Teil dieser Energie. Wir haben hier zwar nicht die große Freiheit gefunden, aber ein einmaliges Gefühl der Verbundenheit mit der Natur. An keinem anderen Ort haben wir uns so verbunden mit der Natur gefühlt. Denn gerade hier ist die Energie auch viel deutlicher spürbar als woanders. Und was soll ich sagen? Außer vielleicht, wir lieben den Norden? Leider hat es ja auch immer Schatten sein. Denn nach dem Bankencrash 2008 war der aufstrebende Tourismus ein Segen für Island. Seither besuchen aber immer mehr Menschen das Land. Das verändert natürlich nachhaltig. Und ich hoffe, dass Islands Regierung für die Zukunft einen guten Kompromiss finden wird, diese atemberaubende Landschaft zu schützen und trotzdem einen gesunden Tourismus zuzulassen. Denn man kann hier ja nur hoffen, dass noch viele Menschen diese besonderen Momente auch erleben dürfen. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir zu diesen Menschen gehören dürfen. Heute stocken sich mit unserer Hopber ab Hinterlerkash Gute aus die Verfahren Wir sind mit unserem Sprinter weiter Richtung Osten auf dem Goldenen Zirkel unterwegs und am Haukada Lua Geotemal Valley angekommen. Der Goldene Zirkel ist übrigens eine Touristenroute im Südwesten Islands und weit der Hauptstadt Reykjavik. Auf dieser Route kann man an wenigen Tagen diverse Sehenswürdigkeiten besuchen. Der Ausbau erfolgte im Zuge der Tourismusmaßnahmen von 2008. Seitdem ist hier alles sehr gut organisiert. Früher fuhr hier nicht mal ein Bus in die Gegend. Heute gibt es zahlreiche Großraumparkplätze, Outlet, Stores, Lodges sowie Nährläden, Hotels und der Bus fährt hier mehrmals am Tag von Reykjavik in die Gegend. Übrigens, könnt ihr ja ahnen, wo es die meisten Geysire auf der Welt gibt? Na, richtig! Über 300 aktive Geysire, etwa die Hälfte von allen weltweit existierenden, befinden sich im Yellowstone Nationalpark? In Island, dem Land der Geysire, gibt es lediglich zwei nennenswerte Geysire. Den großen Geysir und den Strokkur. Dabei ist der große Geysir schon seit einigen Jahren nicht mehr aktiv. Direkt daneben befindet sich zum Glück der zweite Geysir. Der Strokkur ist der aktivste Geysir in Island und bricht auf natürlichem Wege alle vier bis zehn Minuten aus und erreicht dabei eine Höhe von 15 bis 20 Metern. Oh mein Gott, das war echt krass. Ich sah wieder von 10 und ich habe mich ein bisschen erschrocken, aber trotzdem war es noch sehr aufregend, denn man wusste nicht, wann es kommt und so. Und ich fand es echt richtig cool. Also ich finde es der Hammer. Setze, wenn sie sich in die Flasche leiden, dann war die Flasche nicht so. Ja? Ja? Musik 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 Das sieht so ein bisschen aus als wenn da so ein Monster von unten kommt und so irgendwie aus dem Loch raus guckt und dann plötzlich Musik 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 genug gehuldigt hätten und Frea und Odin uns wohlgesonnen sind, hat es gerade, als wir da waren, nicht gerechnet. Aber jetzt fängt es wieder ordentlich an zu regnen. Deswegen ergreifen wir den Rückzug und laufen jetzt mal wieder zum Auto. Es ist sehr spannend und auch hier wieder so ein bisschen eine kleine Geruchswelt. Denn jedes Mal, wenn der Geysir halt dann da seine Freude nach oben versprüht, riecht es hier auch extrem nach Schwefel. Und man sieht hier, wir laufen jetzt auch gerade an so einem kleinen Schwefelfeld vorbei. Also auch hier sprudelt es ordentlich, die Erde kocht und das Wasser darüber auch. So, wie ihr seht, es regnet. Wir fahren weiter. Erstmal wieder Richtung der 1. Okay, das mal nur so unter uns. Und ich weiß, da gibt es ja auch einige von euch, die da eine andere Meinung zu haben. Aber für mich ist das organisierte Reisen mit dem Wohnmobil freiheitsraubend. Vielleicht, weil ich schon früher immer spontan unterwegs war. Ich möchte mir nicht zwei Tage zuvor Gedanken machen müssen, wo ich nachts schlafen kann. Oder noch schlimmer, bereits im Vorfeld eine Übernachtungsmöglichkeit verbindlich buchen müssen. Na klar, manchmal geht das halt auch nicht anders. Aber Zeit ist doch das kostbarste Gut, was wir haben. Und diese vergeht doch auch vor allem ganz alleine, ohne dass wir es planen. Also brauche ich doch auch dieses wertvolle Gut, um spontan auf Ereignisse eingehen zu können. Einfach mal zu bleiben, wo es schön ist. Dinge zu betrachten, die mich einfach interessieren. Oder mir Zeit nehmen zu können für tolle Menschen, die ich gerade erst kennengelernt habe. Beim Reisen geht es doch nicht ums Ankommen, sondern um den Weg dorthin. Dafür sollte man doch auch Zeit haben, um mal eine andere Abzweigung nehmen zu können. Abenteuer und spannende Geschichten finden doch selten auf der Hauptstraße statt. Diese sind doch meistens links und rechts der Straße zu finden. Ich möchte meine Augen und Ohren offen halten können und versuchen, besondere Momente im Leben schon vorzeitig zu erkennen, zu genießen und diesen auch eine Chance zu geben. Das Ziel ist doch meistens klar. Aber der Weg dorthin muss doch nicht immer vorgegeben sein. Und so entstehen doch genau diese besonderen Momente, die uns im Nachhinein für so wichtig erscheinen. Moin aus Island! Lori und ich gehen heute ins Museum. Susi geht es nicht so gut, die liegt im Auto. Aber Lori und ich, wir wollen mal ins Lava Museum und gucken, was uns hier zum Thema Vulkane und Lava gezeigt wird. Neh? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind schon wieder aus dem Museum raus Wir sind fast genauso schnell wie diese beiden Reisegruppen, die mit uns da durch das Museum durch sind Irgendwie zwei Busse mit Amerikanern Und ja, das Museum, wie fandest du das? Sehr schön, aber ein bisschen, aber ich hätte es mir abenteuerlich hervorgestellt Da, ich hatte immer Angst, dass dann irgendwo so ein Lavamonster kommt, aber da kam kein Und du hast gehofft, dass da ein Lavamonster kommt? Ja, ich hoffe Ja, genau Also, die ganze Ausstellung war sehr multimedial So, guck mal Leute, da fährt der erste Reisebus schon weg Und wir waren ein bisschen schneller als die Reisegruppe, die da mit dem Bus gerade weggefahren ist Und sind jetzt mit dem Museum fertig Ja, Museum hat für mich jetzt knapp 25 Euro gekostet Lodi musste nicht zahlen, das war schon mal sehr, sehr gut Das Ding startete mit einem sehr eindrucksvollen Film Sehr lauter Film, ne Lodi? Ja, sehr richtig laut Denn die haben natürlich auch so ein bisschen da die Vulkanausbrüche nachgestellt Und dann ist man durch drei relativ aufwendig inszenierte und auch interaktive Räume durchgegangen Um das Thema Lava und Vulkane besser zu verstehen Ich fand, das war ganz gut umgesetzt Man ist aber auch verhältnismäßig schnell durch Apropos schnell durch Wir fahren jetzt nämlich weiter Und gucken erstmal, was Lodi für einen Quatsch macht So, ich kann rein Los geht's Ja, Lodi und ich haben sowohl Glück als auch Pech Denn es regnet Aber dafür gab es hier Donuts Und zwar bevor sie da schon zum Wasserfall gelaufen sind Das stimmt, wir sind jetzt nämlich beim Wasserfall angekommen Wisst ihr, wie Motivation aussieht? Nee, so nicht Allerdings muss ich sagen, dass ich hier bei den wenigsten Motivation erkennen kann Die meisten sehen einfach nass aus Oh Mann, oh Mann, oh Mann Das ist eine feuchte Nummer hier doch Jetzt schon? Und es regnet doch mal? Ja, beides Die ist schon los Die sucht den Schatz hinter dem Wasserfall Weil irgendwer hat nämlich diese Sage in die Welt gerufen Dass es hinter dem Wasserfall einen Schatz geben soll Und jetzt will Lodi unbedingt suchen, ob der da wirklich liegt Oh, ist das hier nass Alter Das ist jetzt Hamburger Wetter Seit den Wind und Regen So richtig Hamburger Schmuddelwetter, sag ich euch Man kann auch gar nicht filmen, ohne dass die Linse nicht sofort nass ist Das ist doch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind jetzt leider hier in eine Wetterfront geraten Und mussten uns mal richtig derbe Windschatten suchen, wenn ihr mal guckt, wir stehen hier mit vielen Campern direkt in einem Windschatten von diesem Berg und hier hinter ist nochmal so ein kleiner Deich, wo man hofft, dass man nicht so viel Wind abkriegt Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, wir sind in Wieg, das ist da, wo dieser kleine Punkt leuchtet und wenn ihr hier mal guckt, wir haben hier um 15 Uhr in den Spitzen 56 Knoten und normal sind es 34 Knoten Zusätzlich regnet es auch wie sau, guckt, hier seht ihr wenigstens was für tolle Sachen hier in der Gegend gibt, aber bei dem Wetter gehen wir hier kein Stück vor die Tür Also, wir versuchen am Leben zu bleiben Nur einen kleinen Blick und dann kannst du noch einen Wetter erzählen, Lodi Na gut Kommt ein Bäcker zum Bettler, sagt der Bettler, ich habe so einen Hunger, ich habe seit drei Tagen nichts gegessen Dann sagt der Bäcker, sie müssen sich zwingen In diesem Sinne Leute, bis zum nächsten Video, macht es gut Ja und an der Stelle möchte ich noch ein ganz fettes Dankeschön loswerden und zwar an Gitter und an Horst Vielen, vielen Dank ihr beiden für die Unterstützung Großartig Und natürlich geht nochmal ein fettes Dankeschön an Jens raus Auch du bist großartig, aber das weißt du ja Demnächstes Richtung Himmelblau Oh gut, dass wir ungeparkt haben